Heute sprechen wir darüber, wie Verbesserung in der Oberstufe wirklich passiert. Willkommen zurück Abiturathleten, hier ist Leo, dein Abiturcoach und unser gemeinsames Ziel ist dein Traumabiturschnitt. Und heute möchte ich mit euch darüber sprechen, wie Verbesserung in der Oberstufe wirklich passiert. Weil im Prinzip ist das ja der Grund, warum wir hier sind. Das ist der Grund, warum ich euch hier über die Videos meine besten Tipps mitgebe und das ist auch der Grund, warum ihr sie anschaut. Wir wollen beide, du und ich, dafür sorgen, dass du in der Oberstufe besser wirst. Und die Frage ist jetzt natürlich, wie funktioniert das denn überhaupt? Und eine Sache, die ich denke ich in vielen Videos schon angerissen habe, aber so noch nie konkret gesagt habe, ist, dass es immer die Kombination aus der Umsetzung und der Strategie ist. Das bedeutet, habe ich ja in einigen Videos sicherlich schon gesagt, dass es immer wieder Leute gibt, die machen so viel. Die sind super motiviert, die wollen richtig gute Noten schreiben, sitzen den ganzen Tag am Schreibtisch, aber denen fehlt die richtige Strategie. Ja, und deswegen laufen sie die ganze Zeit wie so ein überdrehter Reifen, wo aber langsam der ganze Gummi abgeht und dann irgendwann nicht mehr fährt. Und dann sind sie kaputt und brechen die Schuhe ab, weil sie einfach so frustriert sind, dass die Noten nicht besser werden. Und auf der anderen Seite gibt es Leute, die schauen sich die ganze Zeit die YouTube-Videos an, kennen die besten Hacks, Tipps, Strategie, sonst irgendwas. Das sind vielleicht sogar bei uns im Coaching, wobei die Leute im Coaching von mir natürlich auch dazu gepusht werden, auch umzusetzen. Aber es gibt immer die Leute, die schauen immer nur die YouTube-Videos an, aber wenden nie irgendwas davon an. Auch da meine Sache, weil ich da immer wieder auch Nachrichten von euch bekomme. Fragt euch mal selbst wirklich, schaut ihr die Videos an, nur um die Videos anzuschauen oder schaut ihr die Videos an, um dann das, was ich euch darin mitgebe, umzusetzen. Ja, nehmt euch da mal ein bisschen selbst an der Nase. Ich denke, das passiert jedem, wenn ihr irgendwelche Videos anschaut, die einem im Leben weiterbringen. Und dann ist natürlich die eigentliche Challenge, das Ganze auch wirklich umzusetzen. Und das sind eben genau diese zwei Parts, die es zu verstehen gibt. Und was jetzt oft passiert, ist, dass Leute, die, ich meine, diejenigen, die einfach sehr gut schon in der Strategie sind, aber noch keine gute Umsetzung haben, die werden irgendwann merken, okay, verdammt, ich muss einfach mehr machen. Ja, und dann werden sie irgendwann damit anfangen. Und auf der anderen Seite, diejenigen, die die ganze Zeit was machen, aber die falsche Strategie haben, die werden irgendwann in ihrer Verzweiflung hoffentlich auf einem Blog oder auf die Videos hier kommen und merken, uh, es geht nicht darum, wie viele Stunden ich am Schreibtisch verbringe, sondern auch, auf welche Art und Weise ich beispielsweise lerne. Und sobald sie das checken, kommen sie dann zum Beispiel mehr in Kontakt mit Strategien. Wie man seine Zeit anteilen kann, wie man motivierter bleibt, wie man besser lernt und all solche Themen. Und das ist im Prinzip die Challenge, diese beiden Faktoren zu fusionieren. Ja, du kannst nicht nur die ganze Zeit machen und keine Strategie haben und die bringt die beste Strategie nichts, wenn du nichts machst. Ja, diese beiden Sachen sollten höchstmöglich erfüllt sein. Jetzt aber der wichtige Punkt und das ist glaube ich auch ein Aspekt, wo viele von euch immer wieder frustriert werden und wo ich euch einfach auch sagen möchte, dass ihr deswegen nicht frustriert sein müsst. Und zwar, wer von euch kennt die folgende Situation? Du sagst zum Beispiel Anfang des Schuljahres, ja? Du bist Anfang des Schuljahres und sagst dir, yes, jetzt will ich richtig durchstarten. Setz dir ein großes Ziel, gibst Gas, schaust dir vielleicht auch noch ein paar Videos von mir an, kommst vielleicht zu uns ins Coaching, hast die besten Tipps und dann wirst du Gas geben, Gas geben, Gas geben, Gas geben. Und die ersten paar Tage, die ersten paar Wochen bist du richtig motiviert. Du zeigst die ganze Zeit auf, du machst toll deine Hausaufgaben, lernst vielleicht schon für die ersten Tests, wie auch immer. Und so nach zwei, drei, vier Wochen, vielleicht nach zwei, drei Monaten, vielleicht auch schon nach zwei, drei Tagen, ist irgendwie so ein... Pfff, ich weiß nicht, ob ich wirklich so gute Noten schreiben will. Boah, ich hätte schon gerne gute Noten, aber ich verbringe halt den ganzen Tag am Schreibtisch, ich weiß halt echt nicht, ob es mir das wert ist. Boah, jetzt lerne ich schon so viel die ganze Zeit. Und trotzdem haben sich meine Noten auch nicht so krass verbessert, wie ich es mir vielleicht vorgestellt hätte. Und du fängst langsam an, dieses Ziel und die Motivation, die du dadurch bekommen hast, zu hinterfragen. Und du hast das Gefühl, boah, es geht nicht schnell genug, gestern habe ich meine Routine wieder nicht eingehalten, boah, ich wollte auch eigentlich die Woche schon viel weiter sein, jetzt bin ich, jetzt ist schon Donnerstag und ich bin erst da in Bezug auf die Klausur nächste Woche und so weiter. Und sobald diese Rückfälle wieder kommen, ja, es ist wie, wir versuchen ja, das ist der Punkt, den viele nicht verstehen. Sie denken oft, wir sind wie, wir Menschen, wir sind wie so Roboter und wenn ich jetzt zum Beispiel euch einen Tipp gebe, dann hört ihr den einfach und dann kann es einfach in die Maschine reindrücken und dann macht es blipp und dann ist das drin und dann geht das nie wieder raus. Ja, so funktionieren wir Menschen nicht, sondern unser Gehirn ist einfach ein super komplexes, sich ständig weiterentwickelndes, neu erschaffendes System. Das bedeutet, wenn ich irgendeinen Tipp dir gebe, dann bekommst du den zwar, aber genauso bekommst du auch die ganze Zeit alle möglichen anderen Informationen. Oder du hast, vielleicht versuchst du vielleicht die ganze Zeit am Schreibtisch sitzen, aber du hast zum Beispiel auch den Impuls irgendwie ans Handy zu gehen oder ein Computerspiel zu spielen oder was auch immer. Ja, und das musst du verstehen. Deswegen wird nämlich Entwicklung niemals so verlaufen. Ja, es wird niemals so verlaufen. Es kann sein, dass es für einen Zeitraum so verläuft, aber, also es muss eigentlich garantiert nicht so verlaufen. Aber in den 99 Sprinten aller Fällen funktioniert das nicht so, sondern in allermeisten Fällen hast du eine Phase, in der es nach oben geht und dann fällst du wieder kurz runter und dann merkst du, oh shit. Und das ist der Punkt, wo du denkst, vielleicht sollte es einfach sein, dass, ja, wo so viele dann sagen, oh, ich bin mir nicht ganz sicher, ob das wirklich das Richtige ist, ob ich das wirklich schaffen kann und diese ganzen Punkte. Aber hier ist der entscheidende Punkt, wenn du hier dann verstehst, hm, stimmt, ich wollte ja eigentlich so lernen, ich wollte ja eigentlich mehr lernen, ich wollte ja eigentlich mein Verhältnis mit dem Lehrer verbessern und so weiter. Dann checkst du, oh, darum geht es und dann gehst du wieder weiter nach oben. Aber du fällst wieder runter und gehst wieder weiter nach oben, du fällst wieder runter und gehst wieder weiter nach oben. Und diese kleinen Kurven, die immer wieder kommen, sind vollkommen natürlich und die haben einfach damit zu tun, dass es einen gewissen Zeitraum, einen gewissen Prozess braucht, bis unser Gehirn sich an all die Dinge gewöhnt. Ja, wenn zum Beispiel jetzt jemand bei uns ins Coaching kommt und dann bringen wir der Person zum Beispiel eine neue Lernstrategie bei, dann ist es in den allermeisten Fällen so, dass die Person davor halt einfach anders gelernt hat, ja, vielleicht ein bisschen ineffizienter. Und dann auf einmal sage ich, okay, probier mal auf die Art und Weise zu lernen und die Person feiert das natürlich, ja, geil, neue Lernstrategie und probiert die Lernstrategie aus. Aber innerhalb von ein paar Tagen, Wochen ist da meistens so ein, boah, irgendwie war die andere Lernstrategie davor nicht einfacher, nicht besser, aber irgendwie gewohnter. Ja, so fühlt sich das im Kopf der Person dann immer an. Und dann fängt die Person meistens wieder an, ja, wieder ihre vorherige Lernstrategie zu verwenden. Nicht, weil die Lernstrategie, die sie gerade vor sich hat, nicht funktioniert hat, sondern einfach, weil unser Gehirn immer wieder sagt, lass uns das Alte machen. Lass uns das Alte machen. Und das sind genau diese Kreise, ja, wo du immer wieder nach unten fällst. Und das Entscheidende ist eben, dass du dann zwar es auf der einen Seite akzeptierst, dass dein Kopf immer wieder zurückgehen möchte, aber gleichzeitig auch nicht akzeptierst, dass er dort bleibt. Ja, sondern du fällst zwar ein kleines Stück wieder runter, aber du gehst wieder nach vorne. Du fällst wieder runter, gehst wieder nach vorne. Und das bedeutet zum Beispiel auch, wenn du dir vorgenommen hast, einfach zum Beispiel nicht am Handy zu sein, während du lernst. Dann weiß, wir wissen alle ganz genau, wie es funktioniert, ja. Du willst, du sagst, okay, heute gehe ich wirklich nicht an mein Handy. Und vielleicht schaffst du es mal für 40 Minuten nicht an dein Handy zu gehen. Okay, aber dann, warm bist du wieder dran. Du sagst, nein, verdammt, ich wollte, ich wollte doch nicht an dein Handy gehen. Ihr habt auch hundertmal gesagt, wie wichtig es ist, nicht während dem Lernen an dein Handy zu gehen. Und dann, wir wirst dir Sachen vor, und wir wirst dir Sachen vor, und wir wirst dir Sachen vor, und bist eben frustriert. Nach dem Motto, irgendwie schafft es ja jeder andere auch, nur ich nicht. Wie kann es sein? Wie kann es sein? Und das Wichtige ist zu verstehen, dass Entwicklung einfach immer so funktioniert. Es funktioniert immer so, es läuft immer so ab. Es gibt ein paar Ausnahmefällen, zum Beispiel, wenn Leute bei uns im Coaching einfach extrem eng betreut werden. Ich sehe das ja in der Kommunikation, in den Fragen, die die Leute stellen. Ich spüre das ja, wenn eine Person eine neue Methode, eine neue Strategie, die wir zum Beispiel, oder auch einen neuen Zeitplan, die wir bei ihr integriert haben. Wieder kurz davor zu sagen, na, ich mache es lieber wieder wie zuvor, ja. Das heißt, ich fange die Leute, auch die fallen runter, aber quasi gefühlt in dem ersten Millimeter, wo sie fallen, soll ich schon, ha, dein Kopf will dir gerade einfach nur wieder erzählen, dass du es wieder wie vorhin machen sollst, ja. Und dann kann man quasi aus diesen Kreisen, dann müssen die halt nicht die ganze Strafrunde gehen, um dann weiterzugehen, sondern die fangen an, in die Strafrunde einzubringen und sagen, nein, bleib da, nein, bleib da, ja. Das heißt, auch bei den Coaching-Teilnehmern, auch bei denen, die richtig engagiert sind, es ist kein hundertprozentiges So, sondern es ist halt mehr so, aber es geht natürlich in kürzerer Zeit steiler nach oben. Deswegen ist zum Beispiel auch ein Coach oder Mentor zu haben einfach so super wertvoll, deswegen mache ich das auch selbst in allen möglichen Lebensbereichen in meinem Leben immer, dass ich mich immer mit den Menschen austausche, die mir da voraus sind, weil die kennen ja genau die Punkte, an denen ich scheitern würde. Und es ist ja nicht so, dass wir alle ständig neue Probleme haben, ja, egal in welchem Lebensbereich oder ob es jetzt eben auch in Bezug aufs Abitur ist, jeder hatte schon mal, irgendjemand hatte immer schon mal die Probleme, die du gerade hast, ja. Und wenn du dich halt dann an die Menschen wendest, die diese Probleme schon überwunden haben, können die dir natürlich auch viel schneller helfen, da weiterzugehen. Deswegen, wenn es für dich interessant ist, gerne unten im ersten Link in der YouTube-Beschreibung zu unserem Coaching-Bewerben, wir freuen uns auf dich, hast du gleich die Möglichkeit, mit mir oder jemandem aus meinem Team zu telefonieren. Können wir einfach mal sprechen, was so abgeht, wie wir dir helfen können, ob du geeignet bist für das Ganze. Und ansonsten, schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie es euch gerade geht. Einfach so, random, wie geht es euch gerade? Habt ihr noch Ferien, habt ihr keine Ferien mehr? Würde mich voll interessieren. Und ansonsten, denk dran, ich glaube an dich, wir wollen uns im nächsten Video. Dein Leo. Geilige.